schön wieder hier mit der runde adrenalin xl packen aus heute zwei päckchen wie gewohnt und da muss ich mal auslegen nehmen wir mal schauen was da drin ist natürlich kriegen wir zu meiner standen nicht auf naja ich mache einfach fernanda haben wir hiervon findet richtig da ist der kleine dann haben wir das nicht dann erst zweimal zweimal den gleichen in einem pack ist das schon mal vorgekommen liebe freunde das ist eine saure reise und dergleichen das finde ich nicht in ordnung carlos sanchez habe ich hier noch von colombia als international star iker kassiers ein super tor in einer hammer mäßiger torwart ich muss immer mehr vor messi im weg international star ist das nicht toll das entschädigt auch die doppelten in einem pack iker kassiers natürlich ein super hammer geiler tor ich habe ihn immer sehr 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 gemocht und dann haben wir hier defensiv defensiv line-up von atletico modric juan frauen godin gimenez und philippe luiz schöne karte so messi im weg und doppelt das war ein interessantes päckchen fand ich mal so das fand ich aber mal so weiß habe ich mal so gefunden da ganz schön glitzerndes da muss ich mal eben mehr also kleiner umblick ja dann muss ich mal im bei gucken und noch was tolles ist da ich mache ich sortiere das jetzt mal so schön und dann pass mal auf das ist interessant das ist eine spannende sache aber immer auf mit einem pass mal auf was hier haben wir gabi jawohl von atletico ist ja klar simone sasa erinnert euch der junge überverschossenen der amker juventus gabriel jesus war der nicht irgendwo im gespräch hier bundesliga technisch bayern oder weiß nicht ich glaube ja ich glaube der war das cedric bei fifa 15 oder 14 ich weiß es nicht mehr gab es nur silberne karte und da gab es ein silber team in dem er vor 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 zu finden war das richtig gut war cedric international star portugal guter man glaube ich und so gratis papa der papa macht das schon was bescheid wunderbar wieder in dortmund ein päckchen und jetzt kommt jam jung da ise da haben wir sergio ramos jetzt schon eine legende wenn du mich fragst ein super typ also ein super typ weiß ich nicht aber ein krasser spieler ein hammer guter spieler ich finde den richtig toll kampf pur der bursche der hat es drauf ich mag ihn sehr gerne 75 kilo defensive rock der bursche diese karten sind wirklich wunderschön finde ich auch finde ich super toll ja freunde das war schon wieder nächstes mal gibt es dann wieder match attacks stimmt das mit der reihenfolge ich glaube ja alles klar jungs macht das gut bis zum nächsten mal ciao ciao